Hier präsentieren wir die 5 besten Hohentaster-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Startnummer 5. Hecht Elektro Hohentaster 975 W Ast Kettensäge Profi Ast Säge. Mit dem Postbeschnitt Hecht 975 W gelangen Sie sicher und einfach zu Ästen ca. 4,50 Meter. Verabschieden Sie sich von unsicherem Jonglieren auf wackeligen Leitern. Der extrem schlanke Elektromotorkopf und die optimale Klingenlänge von 24 cm Sicherheit unproblematische Arbeit in der Baumkrone. Auch die Dilimbing-Arbeiten an Ästen, die auf dem Boden ruhen, werden erleichtert. Das Kabelfernsehen, vom Deal bis zum Elektromotor, ist sicher im Griff untergebracht. Der Draht passt sich sofort der entsprechenden Arbeitshöhe an. Nummer 4. Ein Hell-Akku Hohentaster und Heckenschere GEHC 18 Lite Seed. Das 90 drehbare Add-on macht bestimmte einfache und einfache horizontale Schnitte. Der Klauenstopp schützt beim Sägen vor Rutschen. Die automatisierte Kettenschmierung mittels Ölbehälter versorgt die Oregon-Kette mit der erforderlichen Schmierung. Bei Bedarf kann es mit dem funktionalen Kettenspanner ohne Werkzeug gespannt und verändert werden. Ein Kettenfangstift verhindert zuverlässig, dass die Kette vom Schwert abrutscht. Die Klinge aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl garantiert ordentliche Schnittergebnisse. Der Heckenschere kann sicher und auch bequem geliefert und im harten Fall verstaut werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Power Plus Kettensäge Hohentaster 900 Watt, Powwax 1032. Bewahren Sie Ihre Bäume und auch Bürsche regelmäßig mit dieser praktischen 900 Watt Kettensäge. Mit den beiden Erweiterungen erreichen Sie eine Gesamtgröße von 2400 mm. Der Klauenaustritt ermöglicht den Einbauen der Säge in hervorragenden Höhen. Machen Sie Kerbschnitte, Fallschnitte sowie Längsschnitte an kleineren Baumstämmen mit der Kettensäge. Nummer 2. Bosch Akku Hohentaster Universal Chain Pole 18 Der Akku-Beschnitt Universal Chain Pole 18 von Bosch ist mit einer hochwertigen Sägekette obendrauf ausgelegt. Es hat eine großzügige Schnittgröße von 150 mm und sorgt so auch dafür, dass Sie Ihre Gartenarbeit schnell und effektiv erledigen können. Der Umgang mit der Universal Chain Pole 18 ist trotz der scharfen Sägekette immer sicher, da der Beschnitter über ein Klingenverteidigungswerkzeug verfügt. Automatische Kettenschmierung und eine klare Ölgrabanzeige garantieren, dass Sie nicht mehr tun müssen, als Sie müssen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Black Plus Decker Hohentaster Der Postbeschnitt PS 7525 ist mit verschiedenen Attributen ausgestattet, um ein hohes Maß an Sicherheit bei der Arbeit zu gewährleisten. Ein Sicherheitsschloss verhindert unbeabsichtigtes Staden und auch die eingebaute Kettenbremse beendet die Kette ZBB bei Kickback oder Beschlagnahme in weniger als 0,15 Sekunden. Dies ist von besonderem Nutzen für die Unerfahrenen, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Gefahr von Verletzungen durch eine Kette, die hinterher läuft, dramatisch minimiert wird, auch nachdem das Gadget ausgeschaltet wurde. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.